Das ist der Planet Gewährleistung. Da fällt mir eine Frage ein, ich bin ja ein großer Star Trek Fan und habe dieses Fanfiction Projekt im Internet entdeckt und habe dann auf einer Crowdfunding Plattform investiert in einem Langfilm, aber irgendwie ist das alles ganz anders gekommen, als da versprochen worden ist und jetzt weiß ich nicht genau, wie kann ich da als Investor sozusagen auf dieser Crowdfunding Plattform vorgehen oder kann ich da irgendwas machen, wenn wir uns schon auf dem Planet Gewährleistung befinden. Das ist eine gute Frage. Heutzutage werden ja sehr viele Projekte über Crowdfunding gemacht. Also Crowdfunding, eine Art Darlehen der Fans, kann man eigentlich so sagen, wo es darum geht, dass jeder eine kleine Geldmenge einzahlt und dann einfach riesige Beträge finanziert. Also es gibt gewisse Crowdfunding Projekte, die ja wirklich durch die Decke schießen, aber dann trotzdem scheitern, meistens sogar, weil sie durch die Decke schießen, weil dann die Macher, in dem Fall sogar Urheber könnte man sagen, oder die Produzenten einfach nicht mehr wissen, wie sie diesen großen Demand, diese große Nachfrage einfach entsprechend befriedigen sollen, also wie sie dann das Produkt zum Beispiel ausliefern sollen. Das konkrete Problem, was wir hier haben, da geht es um ein Fanfilmprojekt von Star Trek, wo man wirklich sagen kann, where no Fanfilm has gone before. Es geht hier um Star Trek Axanar. Star Trek Axanar steht außerhalb der normalen Star Trek Kontinuität, egal jetzt, ob man die neuen Filme seit 2009 nimmt oder das Prime Universe, wo es jetzt gerade mit Star Trek Discovery die neueste Serie gibt, sondern es ist im Prinzip Fanfiction. Bisher kennt man Fanfiction, das ist mehr oder weniger professionell, mehr oder weniger gut, von Fans für Fans produziert, die berühmte Brücke, die man sich im Keller nachbaut, irgendwas, was man eher schlechtes Recht filmt. Und wie gesagt, Star Trek Axanar, das ganze Projekt dahinter, war eigentlich darauf ausgelegt, von Fans für Fans wirklich einen professionellen Film zu drehen. Also wirklich ein Millionenprojekt, könnte man sagen, mit entsprechenden Schauspielern, die bereits aus dem Star Trek Fan Franchise bekannt sind, teilweise Nebendarsteller, teilweise ehemalige Hauptdarsteller, sowie auch möglichst professionell entsprechend die ganzen Special Effects. Das Ganze ist von der Star Trek Community, die damals, es war so etwa neben dem, glaube ich, jetzt dritten neuen Film und auf jeden Fall noch vor Star Trek Discovery, die Star Trek Fandom, die Star Trek Fans waren, kann man wirklich sagen, ausgehungert. Das Ganze, also mit dem Kurzfilm, den es auch nach wie vor auf YouTube zu sehen gibt, hat sich einfach sehr gut angeschaut und man hat einfach investiert. Das Problem ist nur das, was die Macher vergessen haben, könnte man sagen, oder einfach nicht beachtet haben, dass die Urheberrechte, also konkret die Verwertungsrechte, ja nicht bei ihnen liegen, dass sie das nicht lizenziert haben, sondern dass die bei Paramount Pictures beziehungsweise bei CBS liegen und das sogar eine relativ komplizierte Struktur ist, was ich weiß. Und das Problem ist, sie haben letztlich einen Film gedreht oder wollten einen Film drehen, der zumindest für Paramount CBS, es ist dann auch zu einem Gerichtsverfahren gekommen, wo man sich dann aber geeinigt hat, letztlich einfach zu professionell war, zu groß. Das heißt, die haben gesagt, okay, dann nimmt wer unsere Lizenz und macht damit letztlich ein neues Franchise. Und das ist etwas, was klar den Common Use oder die freie Werknutzung, würde man bei uns in Österreich sagen, einfach überschreitet. Also das ist ein Grat der Professionalisierung, das ein Problem ist. Es hat auch nicht geholfen, dass letztlich die Schauspieler pro bono mitgemacht haben. Es wurde angeblich auch ein Studio gebaut beziehungsweise angemietet, das dann für weitere Produktionen hätte verwendet werden sollen. Also es waren alles Dinge, wo man dann gesagt hat, okay, es ist eigentlich ein professioneller Film, der wirklich sozusagen aus Gewinnabsicht auch gemacht wird. Das ist kein Fanfilm mehr und sozusagen diese freie Werknutzung, die wir großzügigerweise für Fanfilme erlauben, die gibt es jetzt nicht mehr. Oder das ist einfach nicht und generell, wir drehen jetzt alle Möglichkeiten des Fanfilms ab, was auch ein Problem war, weil es gibt auch andere Fanserien, die sehr gut gemacht sind, halt nicht ganz auf diesem Niveau, die dann auch darunter hätten leiden müssen. Es ist dann, soweit ich weiß, auch im Rahmen dieses Verfahrens so Guidelines von Paramount festgelegt worden, wie ein Fanfilm sozusagen auszusehen hat, wo im Prinzip ist, möglichst kurz, glaube ich darf 20 Minuten nicht überstreiten und darf auch nicht so professionell sein, vor allem nicht monetär und so. Das Problem ist nur, Star Trek Axiom ist all das, hat all das versprochen und Fans wie du und auch Fans wie ich haben das entsprechend zu einem gewissen Grad finanziert. Und da haben wir jetzt das Problem, wir haben für eine Leistung bezahlt und diese Leistung wird jetzt wahrscheinlich erbracht, also nach wie vor gehen ja die Dreharbeiten weiter, was man hört, aber wohl nicht in der ursprünglich beabsichtigten Form. Und das ist jetzt unser Problem, weil wir Geld für etwas ausgegeben haben, das so nicht eintritt. Und das ist klassisch Gewährleistung. Gewährleistung bedeutet ein Recht, das ich habe, wenn mir eine Sache, eine Dienstleistung, eine Ware versprochen wurde und ich dafür auch Geld ausgebe oder ausgeben muss oder ausgegeben habe und diese Ware, diese Leistung dann nicht so mir bereitgestellt wird, wie es versprochen wurde. Also in diesem Fall halt nicht der erwartende 90-Minuten-Blockbuster-artige Film, der versprochen wurde. Das österreichische Gewährleistungsrecht findet sich im allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch, es ist im Prinzip das Zivilgesetzbuch, was wir in Österreich haben und dort, das Ganze hat ungefähr 1500 Paragrafen, GIF or TEC und dort in den Paragrafen 922 beziehungsweise 922 fortfolgende, wo man sich das Ganze eben anschauen kann und im Wesentlichen ist dort genau das geregelt. Also wie gehe ich damit um, wenn mir eine Leistung versprochen wurde, die ich letztlich so nicht erhalten habe? Wichtig! Es gibt auch immer wieder dieses geflügelte Wort der Garantie, wenn wer sagt, ja da haben sie eine Garantie drauf, brauchen sie keine Gewährleistung. Das ist insofern falsch, weil die Garantie ist etwas, was ich zusätzlich vertraglich versprochen bekomme, während die Gewährleistung immer gesetzlich gilt und zum Beispiel gegenüber Konsumenten, also wir als Nutzer dieser Crowdfunding-Plattform sind meines Erachtens Konsumenten, da kann diese Gewährleistung auch nicht ausgeschaltet werden. Das bedeutet, ich kann dann hergehen und sagen, okay, ich habe mir eine Leistung versprochen, diese Leistung habe ich so nicht erhalten oder in einer anderen Form erhalten, ich mache jetzt Gewährleistung geltet. Und da gibt es zwei Stufen, wenn man so will, da gibt es die primären Gewährleistungsbehälfte und die sekundären Gewährleistungsbehälfe. Gibt es also wie in Star Trek immer die tertiären Gewährleistungsbehälfe? Leider nein. Ach so. Aber es gibt quasi die primären Gewährleistungsbehälfe, ist mehr so, würde ich sagen, gelber Alarm und die sekundären Gewährleistungsbehälfe ist dann Red Alert. Und bei den tertiären, da kommt dann der Tertiary Adjunct of Unimatrix Zero One, das ist die Seven of Nine. Das auch. Seven of Nine. Seven of Nine, ja. Jerry Ryan. Dankeschön. Schauspielerin. Ja. Star Trek Voyager. Fertig. Bitte. Wunderbar. Auf jeden Fall, also primäre und sekundäre Gewährleistungsbehälfe, also Yellow Alert und Red Alert sozusagen. Primäre Gewährleistungsbehälfe, da gibt man gewissermaßen dem Gewährleistenden, also dem Verkäufer zum Beispiel, dem Anbieter, in diesem Fall dem Projekt, gibt man eine zweite Chance und sagt, passt auf, das war jetzt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, bitte Nachlieferung oder Austausch. Also quasi macht es das besser. Wenn aber der sagt, er kann es nicht nachliefern, also wirtschaftlich kann er es nicht oder es ist einfach unmöglich, zum Beispiel, weil es auch nicht mehr etwas gibt oder weil er das gar nicht mehr darf, wie zum Beispiel jetzt bei Star Trek Action, die dürfen den Film letztlich nicht so drehen, wie sie ihn beabsichtigt hatten, dann muss man sagen, okay, wenn das mit den primären Gewährleistungsbehelfen nicht funktioniert, dann ist eben Condition Red Alert und dann hat man die sekundären Gewährleistungsbehälfe. Die sekundären Gewährleistungsbehälfe sind dann entweder Preisminderung oder die sogenannte Wandlung. Wandlung wäre in dem Fall die Vertragsauflösung. Also man sagt, okay, ich kriege nicht das, was ich möchte, also möchte ich mein Geld zurück. Oder die Preisminderung wäre, okay, ich kriege nicht genau das, was ich möchte, aber ich gebe mich grundsätzlich mit dem, was ich bekomme, zufrieden. Also möchte ich weniger zahlen. Das sind so die Möglichkeiten. Bei Star Trek Action, also bei diesem ganzen Projekt, wird man wahrscheinlich sagen müssen, okay, es ist dahingehend ein Problem, weil die sich nach wie vor bemühen, dass sie diesen Film machen, auch möglichst gut machen. Das bedeutet, hier eine komplette Wandlung anzunehmen, also eine Vertragsauflösung, meines Erachtens eher schwierig. Die nächste Sache ist, von denen eben teilweise Geld zurückverlangen, da muss man sich halt überlegen. Also wenn ich jetzt einfach 10 Euro zum Beispiel gespendet habe, dann… Wie viel verlange ich dann zurück? Ganz genau, wie viel verlange ich dann zurück? Genau, wie viel verlange ich dann zurück? Also es wird da sehr stark darauf ankommen, was habe ich quasi unterstützt? Also habe ich nur unterstützt, wie bei vielen Crowdfunding-Plattformen das ja möglich ist, quasi mit einem Dollar oder einem Euro? Das würde wahrscheinlich nichts bringen, das ist der Aufwand zu groß. Wenn ich jetzt aber sage, ich habe eine Premiere mit Meet & Greet und dem Film und so weiter… Ich habe einen Bausparer-Auszeit gekriegt und mein Gesamtes Erspartes, also 25.000 Euro in den Film investiert, also quasi die gesamte Gage von William Shatner. Kriege ich dann einen William Shatner? Wahrscheinlich. Kann ich das dann so geltend machen? Ja, genau, das wäre dann eine Alli-Ut, also eine andere Lieferung. Ja, genau, der Alli-Ut kommt dann. Der Alli-Ut kommt, also in dem Fall der William Shatner als Alli-Ut. Ja, genau. Da trinken wir mal was miteinander. Zum Beispiel, ja. Das gefällt mir. Ja, das denke ich mir. William Shatner hat auch mal eine Anwalt gespielt. Boston Legal. Genau. Danny Crane. Danny Crane. Danny Crane. Genau. Danke. Also Entschuldigung, ich habe zu kurz unterbrochen. Also Preisminderung. Ganz genau. Also Preisminderung ist eben auch eine Möglichkeit, das heißt, es wäre hier die Möglichkeit, als Unterstützer mit denen jetzt in Kontakt zu treten und zu sagen, okay, ich bekomme nicht das, es ist unmöglich geworden, das zu erhalten, was ich eigentlich wollte. Dementsprechend möchte ich einen gewissen Teil meines Geldes zurück. Das Problem, was wir hier haben, ist wahrscheinlich dann aber eher faktischer Natur. Weil, erstens einmal, die Plattformen sagen immer, pass auf, das ist ein Projekt, wir übernehmen keine Haftung dafür, dass das was wird. Das ist einmal das erste Problem. Da muss man entgegenhalten, naja, ich bin aber trotzdem Konsument und nach dem österreichischen Konsumentenschutzrecht kann ich die Gewährleistung nicht ausschließen. Das steht mir gesetzlich zu. Das andere Problem ist eben, wie gesagt, auch eher faktischer Natur. Die sitzen letztlich in Amerika. Da müsste ich über den Gerichtsstand, werde ich wahrscheinlich mit dem österreichischen Recht nicht allzu weit kommen. Das heißt, ich müsste letztlich in Amerika und wahrscheinlich sogar nach amerikanischem Recht klagen. Das bedeutet, dass in diesem Falle einfach ich in ein Projekt investiert habe, das leider nicht ganz so geworden ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Dementsprechend kann ich Ihnen nur sagen, lebt lang und erfolgreich. Und Sie werden antworten, lebt lang und in Frieden. Aber, wie gesagt, Gewährleistung, wenn man irgendwo einkaufen geht, dort gute Möglichkeit. Bei Star Trek Axaner wird es zwar nicht am rechtlichen, aber wahrscheinlich am tatsächlichen scheitern. Gut, dann verlassen wir den Planeten Gewährleistung. Lebt lang und erfolgreich und, Skotzi, zwei Mann zum Beamen. Gut, dann verlassen wir den Planeten Gewährleistung.